hallo herzlich willkommen zurück zu pathfinder wir sind immer noch in der elfenbein zuflucht ja und ich glaube na ja ich weiß nicht ob hier noch was ist aber ich sehe keine zugänge es sei denn man kommt hier von außen noch mal irgendwie hin aber ansonsten denke ich dass hier jetzt bald nicht mehr viel ist hier könnte auch noch was sein vielleicht ist hier tatsächlich auch noch was aber ich glaube hier ist dann erstmal schluss na ja wir werden sehen da latscht hier so einer rum alles klar dann stürm den doch mal wieder an und du machst direkt mit das war's aber anscheinend noch nicht okay dann kommen noch mehr dann komm du mal vorsichtig hierhin und 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 wo gibt man einfach glück auf lili kann nie schaden du wangst mal in die richtung kurz und du gehst auch mal hier hängen wo ist denn grayball und hat der denn endlich okay möchte nicht dass du nach vorne rennst ich möchte dass du irgendwo dahin bleibst ja dann zeige ich mal wer da kommt ach da ist noch so einer okay ja okay und jetzt wieder du gut noch einer anscheinend alles klar du bleibst da einfach stehen gibst doch noch mal glück bitte auf ihn kichers ein bisschen du machst nix nö du bitte auch nicht ja du kannst mal hier rüber laufen ach der war die habe ich gar nicht gesehen der war baum alles klar wo war der denn der stand hier im ja auf roten hintergrund ist immer schwer ne aber ich habe das 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 gefunkel da nicht gesehen jetzt ist er gar nicht mehr zu sehen das schlecht ja das ist einfach weg na gut gibst du auch noch mal glück hier hin wo du gar nix tust ne du ebenfalls nix tun du brauchst auch nix tun steht er wieder auf toll jetzt ist er da irgendwo keiner weiß wo er hat man was auf kannst du nicht okay ja war es das gut ja nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit nehmen wir mit das äh nein noch mehr nein gut gut wir sind hoffnungslos überladen was hier keine ahnung ja diese komischen dinger ey ich weiß immer nicht was ich damit machen soll außer drauf drücken ja noch einer okay das hat sogar funktioniert ich bin mir immer nicht sicher was ich damit machen soll aber diesmal ist eine tür aufgegangen das ist schön und hier liegt ein vampir drin aha okay ja dann weg damit am schienen des phantomschlechters wenn der träger dieser am schienen sein studiertes ziel zum ersten mal trifft wird der gegner im fall eines misslungen zähigkeitswurf drei runden lang mit er blind belegt studieren warte mal was machst du doch du studierst doch oder wie warst du bist was ist stärke schaden weisheitsschaden auch weisheitsschaden okay das wollen wir machen was war jetzt ja das ist studieren okay pass auf oh man ja dann machen wir mal ganz kurz hier oh wir haben nur zwei okay ähm du hast sogar mehrere stärke und weisheit okay ja dann machst du mal ganz kurz und dann kriegen wir noch mal einen zu dir hier du auch irgendwas nein du vielleicht noch auch weisheit okay dann kriegst du das erst mal fünf lieber gott okay ja schauen wir mal ganz kurz haben wir noch mehr genesung teilweise teilweise ja ob der mir jetzt hier angezeigt wird keine ahnung hatten wir nicht noch irgend so ein zauber der alles weg macht attributsschäden ja das machen wir aber wenn wir irgendwie das brauchen entfernt keine negativen stufen ja du kannst wieder deine kiste nur noch du ne weisheit ist jetzt für dich warte mal teilweise genesung teilweise genesung ja machen wir sie einzeln na gut ja das kann ja jetzt dauern okay noch ein wenigstens zwei so okay ja komm dann kriegst du das jetzt auch noch so jetzt sind wir alle wieder glücklich äh speichern wir einmal so ach so warte mal wir haben jetzt so ein so ein Dingens hier gefunden pass mal auf das ist ja ne Rüstung ne ne so was ist das dann gehen wir mal auf dich was hast du momentan für welche an ähm Kompetenzbonus von plus 5 auf Tricks ja und bei hinterhältigen Angriff 1d6 extra wuchtschaden das ist natürlich cool aber ich probiere das mal ich finde das erstmal hört sich das besser an Schwierigkeitsgrad 24 ist jetzt natürlich nicht so stark aber wenn das funktioniert was hast du denn nochmal für ein Schwierigkeitsgrad hier ähm was ach so das war das Ding hier warte mal das war 29 ja okay das haut schon häufiger hin ne oh ja ne Kiste haben wir hier noch uuuhh 75 ja komm oh nein es ist nicht wahr oh Gott Gott äh 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 was der Laie und der Weise suchen sehen unterschiedliche Dinge und ein und demselben Symbol suche wertvolles Wissen das andere nicht erkennen 3 3 tauscht den Platz mit 4 drehe den Stern zum Nichts und bestaune einen Stern in der Dunkelheit einen anderen doch was okay ist das vielleicht das Rätsel da vorne ich bin mir nicht sicher 3 tauscht mit 4 da war ein Dreieck und da war auch einer mit ein Symbol mit 4 Kanten aber was ist da ein Stern und was ist ein anderer und was ist die Null äh Null war vielleicht der freie Kreis oh Gott äh äh ja hier gehts ja auch noch rein so gehen wir mal hier rein hm ja hier ist nur ein Durchgang zu einem Raum wo wir schon waren ok jetzt machen wir so eine Abkürzung auf hier ja äh was war das achso achso jetzt gehen wir Richtung Mitte wieder alles klar ja war hier nicht noch irgendwo so ein Rätselraum das andere Rätsel haben wir ja gelöst gehabt ne wo immer das auch war ja dann gehen wir mal äh hier hin wo war das da Gott ey 3 tauscht mit 4 also hier haben wir einmal 3 dann haben wir einmal 4 und Watt irgendwas mit 6 und 0 oder so war das noch ähm ich kann das Schloss nicht knacken wo ist denn das jetzt ach ich bin so blind ne natürlich ist es das letzte 3 tauscht den Platz mit 4 drehe drehe den Stern zum Nichts und bestaune einen Stern in der Dunkelheit ähm 3 3 4 wobei das auch 3 wenn man so zählen würde 1 2 3 ist das auch 3 und 4 ok also die beiden könnten sich tauschen ein Stern ja das ist ein Stern ich weiß nicht ist das ein Stern nichts wie soll ich das da hin drehen uns den anderen bestaun wo sind die achso halt äh tausche 3 mit 4 tauschen wir hallo komm mal her hier man bin ich irre hier wir tauschen 3 mit 4 wieso rennt ihr da hoch ist der schon gedrückt oder was ja anscheinend ok nochmal von vorne wir tauschen 3 mit 4 drehen den Stern ins Nichts und bestaunen den anderen ok dann tauschen wir hier 3 mit 4 drehen den Stern mit nichts und 2 oh Gott oh Gott hm wir tauschen jetzt mal diese 3 mit dieser 4 drehen den Stern ins Nichts und bestaunen den nein wieder die 3 mit dieser 4 den Stern mit dem Nichts und Gott 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 hm hm also ich weiß es nicht ey glaub ich kann jetzt hier auch einfach einfach hier drauf rum klicken hier in der Hoffnung einmal im Kreis keine Ahnung hm was das waren übrigens das waren nur 4 die ich diesmal gedrückt habe was habe ich überhaupt gemacht? ein Kreis ne? wollte ich drücken ja super haben wir das ja auch hingekriegt aber ich fürchte warte mal wenn ich jetzt einen Kreis ich hab einen Kreis gemacht ich hab einfach auf Fluss gedrückt warte mal den 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 so ähm hat das irgendwas damit zu tun gehabt? eins zwei drei vier habe ich die 3 mit der 4 getauscht? nein habe ich nicht ich würde fast sagen diese Notiz hat nichts mit diesem Rätsel zu tun gehabt das ist glaube ich was ganz anderes was ich da gelesen habe weil äh das 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 ich hab weder den mit dem getauscht noch den dritten mit dem vierten egal 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 ihr wisst was ich von diesen Rätseln von Old Cat halte ne? ich finde sie fürchterlich nervig ach gut äh dieser Umhang gewährt dem Träger einen Kompetenzbonus von plus 5 auf Wissenswürfe Akanum und einen Bonus von plus 2 auf den Schwierigkeitsgrad aller Rettungswürfe gegen den ah gegen Hervorrufung ja ok das ist dann eher was für Ember was hat Ember sonst so an hier? gegen Zwang und Krankheit jaaaa ist auch gut aber Hervorrufung ist eigentlich eher so dein Ding ne? wo ist er? ist das der da? nope der da sehr schön so plus 5 auf Akanum du wirst wahrscheinlich immer noch hinter ähm ja oh Gott und noch nicht mal knapp ok was war das andere? da war noch mehr was war das noch? so ist das hier eine Kreismaske eine geheimnisvolle weiße Maske mit der Endschrift ich bin der Kreis ja ich fürchte das ist was für den für den äh Gedanken äh für den für den für den Gedankenschinder wollte ich grad sagen das ist was für den Geschichtenerzähler für den Gedankenschinder ok jaaa soweit so gut ähm da war noch was wir wollten nochmal nach draußen warte mal wie sind wir überhaupt hier reingekommen? der will ich nicht was ist mit dem hier? das ist der Außenbereich da gehen wir nochmal hin denn da waren da war ja was wo man so oh Gott ihr könnt gar nicht mehr laufen ne? ja ihr wisst ihr was? stopp 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 haltet mal an wo ist der Rest von euch? überhaupt guck mal her achso die sind da lang gelaufen äh wir müssen mal kurz was ablegen das geht so nicht mehr licht das mal bitte ab licht das mal bitte ab 38 na komm äh leg die bitte auch ab die auch die auch das ist jetzt nicht so schwer oh der aber der ganze Kram hier den müssen wir auch ablegen ganz ehrlich sonst können wir bald überhaupt nicht mehr laufen äh bitte nach gewicht so wir sind schon im sicheren Bereich ich weiß aber ich will jetzt sicher gehen sonst können wir alles holen wenn wir loslaufen ach ist das schön frei bewegen so wo wollte ich hin? wir wollten hier hin ne? so klein ember rennt voraus hier okay wie der wind gut und nino als zweites das ist irgendwie seltsam das ist ausgerechnet die schwächsten von allen voraus rennen immer ne? na gut so ember wieder überholt stopp was ist hier los? oh Gott haha okay hat das trotzdem mal gedrückt hier vielleicht haben wir ja noch irgendwas übersehen haben wir stopp ach haben wir nicht ok haben wir doch nicht weiter gehts hallo so noch ne Kiste oh das war eine von denen die wir nicht aufgekriegt haben gut yo Außenbereich also nochmal halt da ist auch noch was äh ja noch was was ich hier nicht na gut ach so jetzt gehen wir hier wieder raus hoffentlich nein wir gehen einfach ich spreche gleich mit dir ich möchte jetzt erstmal ich spreche gleich mit dir ich möchte jetzt erstmal wir sind nämlich von der falschen seite raus so wenn ich mich recht ins Sinne ging das hier irgendwo rüber da so ach 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 jetzt hat zumindest lebend hier angekommen und wofür hier gibt's nix hier gibt's nix okay pass mal auf ähm du machst mal jetzt bitte sowas hier du kannst verbündete kreaturen im radius von 10 fuß mitnehmen und hier eigentlich das gleiche oder oder was auch immer so komm her ne man kann da nicht rüber okay wozu sind wir dann hier was soll das hm okay hat sich das rätsel auch schon wieder erledigt sprechen wir mit dem bunt hier die hand hallo hand wieso du stehst doch jetzt eh hier rum na gut ja also irgendwie bin ich der meinung dass wir noch ein lass uns auf die andere seite gehen äh dass wir irgendwo noch ein rätsel haben müssen weil ich kann mir nicht vorstellen dass diese letzte notiz die wir da gefunden haben mit diesem rätsel in verbindung steht wenn ich mich recht entsinne waren hier auch rätsel bevor wir raus kamen oder seid ihr alle da ja so ähm ja bitte war das nicht hier ne hier war nix war hier nicht irgendwo ein rätsel hier ist noch eine tür okay wo sind wir denn nun hier geht es noch weiter alles klar ja das ist tatsächlich noch nicht zu ende gut gut oh gott ja ich werde das nicht zu eller Alter. Ne, das war es tatsächlich nicht. Wie viel Geschicklichkeit habe ich jetzt hier gerade verloren? Aber was hat den Schaden gemacht? War das eine Falle? Das war doch nicht eine Mine, oder? Falle. Alles klar. Ja, okay. Pass auf. Machen wir erstmal dich hier. Mhm. Du kannst gerade nicht. Du machst doch mal bitte eine Heilung. Auf Lilly. Und du greifst es wieder an. Du brauchst eigentlich nichts machen. Tatsächlich. Nein, spar dir das. Du brauchst nichts tun. Du machst mit. Ach, Gott ey. Gut. Ja, was kommt davon, wenn du nicht richtig zuhörst, Kollege? Ja. 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 Lass dich nicht treffen, bitte. Natürlich lässt du dich treffen, aber ist halt... Na gut, dann ist das so. So hauen wir noch schön gewesen. Na gut. So, dann machst du jetzt mal den hier bitte. Und du haust einfach weiter. Gut. Ja, von mir aus. Du bist ja nicht gestorben, deswegen hast du... Ach komm, ja, Geschicklichkeitsabzug. Der ist wichtig, also nicht der Abzug, der ist wichtig, weil du bist eine Geschicklichkeitskämpferin. Das hat irgendwie gar nichts gebracht, kann das sein? Hallo? Er kann nur durch das Wirken eines Genesungs oder Mächtigen... Wieso denn auf einmal jetzt doch Genesung? Okay. Außerdem, wir haben eine Heilung gesprochen gehabt. Ne? Die hätte das auch wegmachen sollen. Naja, okay. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir verwor... Aha. Gut, ja. Ähm. Geh mal mit. Hier ist ja richtig was los, okay. Ich mach erstmal das. Jetzt bitte den. Mein Gott. Ja. Ja. Wo ist der? Ist nicht so sein Ding, aber... Versuch mal. Mein Gott, was ist hier los? So viele Fallen auf einmal. Super. Der Zug ist so gut. Versteck dich lieber nicht. Bringt eh nix. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Was ist das? Ja, jetzt ist es gut. Jetzt kannst du dich, glaube ich, heilen lassen. Wirklich jede Falle mitgenommen, die da ist. Jetzt haben wir einen Grund für die Heilung. Was ist das hier? Was? Was? Wieso? Wer denn? Was? Mit wem? Achso. Der sieht komisch aus. Ewiger Wächter. Warte mal. Bist du kein Minotaurus? Nee. Okay, da kann er nicht beeinflusst werden. Keine Furcht, kein Zwang, keine Emotionen. Okay, du bist was anderes. Sag mal her. 10.000 Erfahrungspunkte. Hallali. Okay. 46 Rüstungsklasse. Das ist schon übel. Die Angriffe sind auch nicht ohne. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Ähm. Y. So. Du greifst sofort an. Ja, ja. Das ist schon eine andere Nummer jetzt hier. Okay. Geht mal kurz weg hier. Und macht mir eine Haaste auf die Jungs. Ja, 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 ja. Okay, einmal Schutz vor Bösen. Grey War. Der lässt sich nicht studieren. Okay. Was? Wieso? Was war hier los? Äh. Einschüchtern. Ach du Scheiße, der hat uns Angst gemacht. Immer ist tot. Ach du lieber Gott. Okay. Ähm. Wo ist die überhaupt hin? Okay, 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 okay. Hm. Ja. Ja. Du kannst hier recht wenig tun, gerade. Tatsächlich. Kannst versuchen, ihn zu erblinden. Ja. Ja. Du. Äh. Okay. Du musst jetzt versuchen, Ember zurückzuholen. gut so jetzt liegt die da und kriegt gleich wahrscheinlich wieder... die ist schon wieder tot ja gut da rennt der nächste weg in die klingenbarriere Bums tot okay ich sehe schon wo das läuft hier okay ich hoffe ich habe meinen speicherpunkt nicht so weit weg denn ich fürchte wir müssen das hier nochmal machen nein lass es geht da gar nicht erst hin du holst sie einfach alle immer wieder zurück jetzt hier solange das irgendwie geht da müsste die klingenbarriere da los werden sonst wird das nichts ok schlack zu ja blende ihn einfach weiter blende ihn einfach weiter ja mhm derjenige braucht jetzt eine heilung nutzt nichts oh gott nein woherst du denn hin ist er jetzt da noch nicht? renn einfach los ok schieß drauf das hat sie überlebt meine gute ok furchtbar ok furchtbar Lilly kommst du da wieder durch? oh je versuch es ok ok ich meine die beiden sind jetzt hinüber ne ich weiß nicht ahhh ok ja ja ähm das machen wir nochmal nicht heute das machen wir morgen nochmal wir laufen den Weg nochmal wir wissen ja jetzt wo wir hin müssen und wo nicht und wie das Rätsel geht wissen wir auch ich glaube aber ich habe danach gespeichert ich bin mir nicht mehr sicher und dann ähm der ist nicht schwer hier ne wir brauchen einfach nur äh Schutz vor Furcht und dann passiert auch nichts aber das machen wir morgen bis dann tschüss 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 Oh, no.